In Bützow hat die Bundestagsfraktion der Grünen zu einem runden Tisch zum Thema Jugendkultur und Rechtsextremismus eingeladen. Vorausgegangen war ein Workshop mit Schülern. Viele Schüler haben Probleme, Standpunkte zu vertreten und sachliche Argumente auszutauschen, so die Erkenntnis der Organisatoren. Entschlossen auftretenden Rechtsextremen begegnen sie daher oft ratlos oder eingeschüchtert. Ein Grund sei häufig erschreckende Unkenntnisse über die deutsche Geschichte. Die Grünen wollen Aus- und Fortbildungsangebote auf lokaler Ebene fördern, weil Rechtsextremismus am wirkungsvollsten vor Ort bekämpft werden könne.